ich glaube wir sind jetzt hier auch live und ein bisschen verspätet hier wir hatten ein paar audio probleme mein mikrofon hat nicht hören wollen aber wir sind jetzt hier beim zweiten teil von goby und ronja spielen portal 2 dann würde ich mal sagen machen wir uns die letzten missionen wir müssen da hoch die knöpfe haben wir glaube ich noch nicht benutzt kommen wir zu den knöpfen weil ich hab sonst da drüben auch so ein katapult holy moly holy moly okay okay sind wir wo wir sein wollten extra kurs wir sind auf den extra kursen wir wollen aber keine extra kursen warte dann lass mal wieder raus und kommen okay aber gut dann haben wir wissen wir schon mal dass extra kurs gibt es da auch schön ist nicht die fünf sowieso das letzte von den normalen level schau da drüben ist so ein katapult und da oben alle hinsetzen und dann können wir theoretisch einfach hier reingehen denke ich mal da dürften wir auf das katapult benutzen das hier ach das okay der mal ahja gut das ergibt sich ja das ist das richtige okay ui sehr gut so bin ich mal gespannt was jetzt noch dazu kommt das ist kein aufzug das ist ein loch du in schokomilchshake meine freunde die strecke ist eine übung zum erreichen der menschenkammer dieser test hat also sogar einen sinn ohne menschliche testsubjekte ist das alles rein wissenschaftlich betrachtet völlig sinnlos okay irgendwie ist alles anders als beim letzten mal was passiert immer da hoch und drück auf den knopf yes was ist das ist das farbe da drüben ist farbe runtergekommen oder so aber damit kann man höher springen ach so also kann ich nicht mehr da drauf okay interessant was auch immer das ist stelle dich wieder runter so jetzt kommt da drüben was raus okay jetzt müssen wir beide hoch nämlich mal ne gehst du hoch und drüben gehst du hoch und drüben und ach ja klar jesss so dann mach ich sehr freundlich von ihnen glückwund ihr habt den test bestanden wie es sich mir nur wünschen kann wir sind hier auf so einer retro strecke wundert ihr euch sie letzten nicht testsubjekte andere menschen hier heimlich gefangen gehalten ich glaube sie wollten sie bestrafen indem sie sie nicht mehr zu meinen tests ließen darum konnten menschen die strecken nicht bewältigen weil sie freunde wie feinde ok wir dürfen das glas nicht beruhig oh oh ok ah das ding warte du aber also hier unten sind noch zwei aber ich weiß nicht ob die uns also die bringen uns sicher was aber ja ich habe glaube ich gucken ob ich es schaffe ui kommst du da durch? oh äh ok jetzt bin ich halt hier ne warte mal kann ich da hier rüberspringen ah aus aus mach es aus äh 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 mach es aus so aber kommst du da drauf? gucken ob ich da rüberspringen kann nein nein aber was macht ihr? aber hier an dieser wand hier vorne ist kein weißes Feld oder? mach mal den strudel weg wohin? hm 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 ja hier ist jetzt unten auf dieser einen hier unten ist ein bisschen was davon wär das vielleicht nur das hier kannst du das ich weiß nicht wenn du das hier drauf machst auf die also wenn du dein oh warte mal ich hab da hinsetzt? ich hab und zwar ok ich schieße gleich da draus warte mal wie pick mich nochmal hier draus schieße ich das zeug du fängst du fängst es wieder hier mit deinem strahl ab und dann musst du das portal was du hier hingesetzt hast ja hier hinsetzen so dass das äh das blaue zeug vielleicht schaffen wir es dann da drüben ja ja also so quasi ok bist du ready? ja also meine portale sind gesetzt ja du musst ja du musst ja diesen blauen diesen blauen abfangstrahl machen wenn das jetzt also das kommt ja jetzt hier raus und das oder dann quasi auf hier unten ne deswegen musst du deswegen musst du ja den du musst du ja dem mit dem mit dem genau aber wo geht es jetzt geht es da rein jetzt musst du dein gelbes portal hier hinsetzen ok let's try it out ey warum ist er denn nicht gehopst macht es euch nicht schwerer als nötig ich glaub weil du nicht äh ey ich war auf dem blauen zeug da auf frech probier es nochmal mach mal da mach mal da dein portal hin wir machen jetzt die ganze die ganze plattform voller blaues zeug ok ja und das andere portal wieder dahin ja genau und jetzt mach es aus klopp oh ja stell dich mal auf den knopf ja mach das blaue ding aus ja ja warte warte cool ui 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 okay ok sorry ich wollte mein portal noch versetzen aber ich kann das grad nicht mehr versetzen ah so ok so ui 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 ich habe in vorbereitung der menschentests einen alten kummerkasten konsultiert der beliebteste wunsch weniger tödliche tests lächerlich wie können sie wissen dass die test das noch schreiben können um die kammer zu erreichen müsst ihr euch ganz schön anstrengen so unterstützung habe ich die test extrem schwierig gestaltet oder ich habe es dank eurer wunderbaren montage fähigkeit nichts tödlich ist ach so warte mal dank das blaues zeug über uns ist ein rohr da müssen wir aber wir müssen da hin und der schalter ist da drüben ach so macht er hin macht das portal da das ist das falsche portal gesetzt ich hasse diese plattform wirklich ich werde die nie in meinem leben verstehen warte mal wir können es auch einfach einfacher machen indem wir einfach daheim laufen aber wenn man dann fangen wir das ding nicht aus das geht nicht ja genau und jetzt muss ich das glaube ich komme noch mal zurück das ist nicht so das passt ja ok mal gucken ob das ich hoffe dass das da drauf bleibt ja easy ok das ist frech das war ja auch zu leicht gewesen so schwer ist das nicht sie können sich nicht allein befreien ok genau jetzt mache ich hier ein portal vorbei vorbei lassen ich muss jetzt darüber und da eigenen portal setzen und wenn ich ist das so ein ding wenn ich hier durchgehe sind meine portale weg bitte hör auf um zu springen ja das ist genau das das ist also ach ist kommst du da drüber auf den knopf drück mal auf den knopf dann ja Tschüss, Geeksi. Komm. Okay. Bis oben? Ah ja. Und jetzt drück nochmal auf den Knopf. Yay. Dann kannst du da hochhüpfen. Vielen Dank. Wow, okay, der Fleck ist winzig, warte. Reicht der aus? Du kannst ja auch einfach nur draufstehen, du bist ja perfekt. Gerade habe ich bloß nur so einen Mini-Hüpfer gemacht. Doch die Montageeinheit kann euch beiden helfen. Auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen. Diese Bodenklappen sind schon fies. Das eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Oh Gott, oh Gott. Ah! Müssen wir? Warten. Okay. Ah! 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 Das reicht noch nicht, oder? Warte. Äh. Doch, warte. Ich weiß, wie es geht. Glaub ich. Okay. Warte, schau mal, wenn du hier länger drauf springst, wirst du auch immer... Ich versuch die ganze Zeit, aber ich werde in dieses Loch reingezogen sein, glaube ich. Ah, ich lande dich auf der Lampe. Warte, ich probier's mal... Darf ich kurz deins hier wegmachen? Ich weiß nicht, ob ich Höhe... Ja, mach's weg. Weil hier wird man immer höher. Vielleicht kannst du genug Höhe aufbauen. Woah. Und jetzt? Nein! Scheiße, okay. Ganz knapp nicht. Ich bin mir da wirklich lieber höher. Nee, du wirst nicht höher als so, wie du jetzt bist. Warte, warte, warte. Ähm. Hier, geh mal da hoch. Durch das rote Portal. Ja, stimmt. So kann man natürlich auch hoch. So. Und jetzt? Ah! Haha! Oh, oh. Ich hab verkackt. Okay, nochmal. Aber ist das... Ja, das ist machbar. Warte mal, lass mich mal... ähm... Desta hier setzen. Und Desta. Und du setzt dein rotes einfach hier hin. Weil dann können wir beides gleich... Weil dann können wir beides gleichzeitig springen. Ah, ja. Ja. Oder hoch. Ah. Ah. Wupp. Okay, ups. Okay, will ich weg. Du machst das. Ich schau dir zu. Ach, und da oben ist ja schon der Ausgang. Hä? Okay, da ist nicht, da ist nicht genügend blaues Zeug dran. Ja. We need more blaues Zeug. Wir müssen das ganze Ding voll machen. Ah, jetzt sieht's gut aus, oder? Jetzt schön blau alles. Okay, los geht's. Let's go. Ich flieb der mal gleich hinterher. Moin. Yay. Sehr gut. With... Thank you for keeping our enrigment sphere clean. Ah, ja. This way up. Wir passen knapp. Okay, der macht da hinten blaues Zeug. Wo? Ach, da. Ich geh mal über die Brücke und guck mal, was da hinten passiert. Ah. Ich komm hier gar nicht durch. Guck ich hier durch? Ne. Also da fällt... Blaues Zeug auf... Ich kann da hinsetzen, wo das blaue Zeug fällt. Ähm... Ähm... Ich hab hier oben so zwei Schrägen. Du kannst ja auch mal in meiner Ansicht wegfetzen. Ah, hier... Ja, ähm... Kannst du mal auf den Dings drücken, Tor? Auf den... Knopf? Weil hier sind wieder so Dinger, zwischen denen wir so parallel... Äh, so, so... ...herspringen müssen. Und noch einmal drücken. So. So. Und jetzt kann ich hier, wenn alles gut geht, hochspringen. Ja. You're doing it! You're doing it! Yes! So. Und dann mach ich dir... Warte. Jetzt muss ich noch hier hoch. But how? Ach ja, ähm... Warte... Ich weiß wie... Und zwar... Musst du jetzt auch wieder hier so zickzack hochspringen. Drück nochmal auf den Knopf, bitte. Okay, ich drücke auf den Knopf. Schau mal, das dürfte jetzt hier... Okay, warte. Ähm... Drück nochmal. Ist hier nicht so eine Plattform? Nee, das Feld ist nichts. Die sind wir da drauf. Ach ja. Aber wo kommt es da hin? Ach, dann kommt es landet es wahrscheinlich auf, Jim. Aber warte mal, ich hab ne Idee. Du brauchst ja die Brücke nicht mehr. Ja. So. Und jetzt macht das Portal dahin. Ah, ja. So, jetzt wisst du es. Ja, wär gut. Hey! Yes! We did it. Mann, das macht voll Spaß, also. Ich frage mich, ob mir die Menschen für diese Rettung ein Denkmal errichten werden. Keine Sorge, sollten sie je meinen heroischen Rettungsakt dokumentieren, werde ich dafür sorgen, dass euren Namen in den Fußnoten erscheinen. Sehr lieb. Mhm. Kilo. Wenn gleich aller Ruhm für die Rettung mir zufallen wird, glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Leben lang halten werden. Oh, orange. Oh, orange. Adieu. Ah! Nice. Ciao. Okay. Ähm, gibt's bei dir nen Würfel? Also, irgendwo muss es hier nen Würfel geben. Wo bist du überhaupt? Guck gerade. Ne, du bist schon am Ende, oder? Nein, hier gibt's nur nen Ausgang nach ner fackig fünf Kilometertreppe. Wie abgezelt es denn? Okay. Gut, dann brauchen wir nen Würfel. Gott, das dauert ja echt ewig. Mhm. Danke. Hello, welcome back. So. Ah, da oben kommt der Würfel raus. Wo? Du musst nur irgendwo nen Knopf geben. Da oben? Hier? Mhm. Mhm. Das ist doch. Weil, die beiden Dinger haben wir auch hier. Wo wir rausgekommen sind. Gestartet sind. Aber ich glaube, das wird... Aber warum sollte denn da oben auch so n Ding sein, wenn da nichts rauskommt? Wollt ich nicht. Warte mal. Hier kommt nur der Speed. Uh. Ah. Ah, hier ist der Knopf. Noch blöd. Hä? Ach so. Oh Gott. Ja. Okay, ich muss ihn aufbauen. Du drückst den Knopf? Ja. Okay, bist du ready? Ja. Drück den Knopf. Ja. Okay, jetzt warst du langsam. Du warst ein kleines bisschen zu spät, oder? Drück den Knopf. Ja. Okay, diesmal war ich zu spät. Jetzt war ich zu spät. Okay, drück den Knopf. Ja. Jetzt war ich wieder zu schnell. Ja. Sag mir einfach, wenn du... Warte mal, ich mach mal die View auf dich an. Wie mach ich die View nochmal auf dich an? Ja. Okay. Äh, mit Tab. Drück einfach drauf und ich renne dann los. Okay. Soll ich irgendwie runterzählen oder so? Nee, nee. Fast schon. Muss einfach jetzt... Okay, bin ready. Yes. Hi. Let's go! Hier runter? Ja, musst du nicht die ganze Treppe laufen. Wär gut, aber... Jetzt sind Zahlen drauf. Was passiert, wenn man sich hier drauf stellt? Okay. Hier muss ein Würfel hin. Ah, okay. Ah, okay. Es ist... Hä? Wir müssen beides... Wir müssen beides rüber schaffen. Wir müssen beides rüber schaffen. Okay, komm... Okay, jetzt muss ich halt jeden geschaffen. Mein Portal... Okay. Ähm, mach mal dein Portal dahin und dahin. Was? Was? Dahin und dahin? Ja. Probier mal kurz was aus, ob das klappt. Na... Ich hab... Warte... Kann man hier... Äh... Aber runterfallen kann man hier auch nicht. Okay, kriegt man nicht genügend Speed. Boah. Wir müssen es irgendwie schaffen, genügend Geschwindigkeit auszubekommen. Irgendwas mit hier oben. Warte... Ähm... Kannst du auch hier Glibber hier drüben hin machen auf die andere Seite? Da ist schon Glibber. Habe ich schon gemacht. Da ist auch schon Glibber. Und wenn man irgendwie die Portale so setzt, dass wir hier einmal komplett durchrennen können? Also... Weißt du, dass du so... Ah, ja. Das ist so eine Idee. So und so. Oh, actually huge. Okay. Warte mal. Ich glaube ich muss noch bisschen mehr Glibber hin machen. Ja. Weil die Idee war echt nicht schlecht. Äh... Äh... Gott, aber... Wie spaßig... So jetzt... Bring mich erst mal kurz rauf. Ja. Warte mal. Warte mal. Du musst... Dein hellblaues. Oh... 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 Ja, du musst dich nochmal rauf. Ja, genau. Ja, ja. Alles gut. Würde mir ja nie passieren, meine Portale. Okay. So, los geht's. Oh, ja gut. Hast geschafft. Enttäusch mich nicht. Aber meinst du, du wärst hochgekommen? Ich glaub... Ich glaub sogar echt eher nicht. Weil es sah echt sehr knapp aus. Warte mal. Warte mal. Du wärst ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ist mir noch nicht alles voll genug da. Ich meine so, es geht noch voller. Weil ich überleg sonst, ob man irgendwie schon weiter... Weißt du, hier unten anfangen müsste. Zu rennen. Und dann zu rennen. Und ich muss dann schnell mein Portal... Ne, ist auch scheiße. Ne, das funktioniert nicht. Oh, jetzt alles hier schön voll. Okay. Ich versuch's nochmal. Okay. So. Bereit. Oh, du warst drauf, oder? Okay. Okay. Es hat funktioniert. Aber ich hab zu langsam. Ja, egal. Aber es ist doch schon mal gut, wenn's funktioniert. Hm? Ja, warte mal. Ich muss noch mein Portal setzen. Ah, ja. Soll ich dir... Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Mit sagen, wann du springen sollst? Oder wenn du loslaufen sollst? Äh, ich seh das eigentlich selber. Okay. Weil ich seh ja durch das Portal, wann die hochgehen. Ja. Okay, gut. Yes! Nein! Okay, ich glaub ich hätte nicht springen dürfen. Einfach nur rennen. Ich hatte zu viel. Ja, ich würde noch rennen, glaub ich, ja. Okay. Okay. So. Sehr gut. Du musst, du musst, du musst sozusagen, ähm, losrennen. Warte mal, ich bring dich hoch. Kannst du jetzt hoch. Nee, du musst auf der anderen Seite. Dann lass dein Portal einfach da, wo ich dich finde. Ich mach die feste, das Portal. Okay. So, jetzt musst du auf die andere Seite, genau. Und du musst sozusagen losrennen, wenn die grad runter, wenn das erste grad runter fährt. Okay. Okay. Scheiße. Okay. Nein, du musst dich umsetzen. Ah, stopp! Du musst wieder dein Portal setzen. Ach, Mann. Ja, sorry. Das hatte ich grad noch von dir so drin. So. Oh, shit, sorry. Ey, es ist schrecklich. So. Jetzt lässt du das gelbe Portal noch ein bisschen weiter runter nicht, dass du hängen kannst. Genau. Ich war aber irgendwie nicht hoch genug. Ja! Okay. Okay. Sterb nicht. Und auf den Knopf. Hit it. Angesichts eures Tempos bei diesem Test glaube ich allmählich, ihr teilt meine Hilfe für die Rettung gefangener, weinender, verletzter, sterbender... Hey! Hey! Sorry. Ich wollt eigentlich nur einen High Five machen. Ne, das war okay. Ich entschuldige. Hörbender. Hörbender Habt ihr schon einmal einen Menschen gesehen? Sie sind genau wie man es sich vorstellt. Übelriechend. Widerlich. Anstrengend. Manchmal möchten sie einen auch umbringen. Aber sie sind tolle Testsubjekte. Was passiert hier? Ach Gott. Das sind hier schon so viele Portale wieder. Was macht denn der Knopf hier? Siehst du irgendwas? Ach da, da kommt, äh, da unten kommen... Viele Würfel, ja. Ja. Okay. Ich seh ne Rampe. Drück mal auf den Würfel, warte mal, ich hol den Würfel. Okay. Äh, äh, hup. Oh, warte, er kommt. Ja, ich hab ihn. Oh nein, da oben sind Maschinengewehrtürme. Oh, ne. Okay, die 10 auf 4. Da sind wir ja noch ein Stück voll entfernt. Kann man da Glimmer hinleiten? So aus, als ob... Ja, hier drüber. Ja, hier drüber. Warte, ich kann das machen. Aber, meinst du, der kommt bis da rüber? Ich hab's, ich hab's, drück auf den Knopf, drück auf den Knopf. Versuchen wir's mal. Oh, okay. Ich mach mal noch ein paar Mal, oder? Ja, mach noch mal, mach mal, mach mal, mach mal. Weil das schön dicht ist. Sag, wenn du zufrieden bist. Ja, danach müsstest du's eigentlich reichen. Ja, das reicht. Okay. Äh. Ich hab das Problem mit den Maschinengewehrtürmer. Wir müssen auch die Maschinengewehrtürmer mit dem Laser kaputt machen. Oder, warte mal. Hm. Drück nochmal den Kleber. Hm. Ja. Okay. Nee, die treffen nicht so ganz, ne? Wo willst du genau hin? Auf die Teile. Ja, dass das auf die Viecher fliegt. Nee, das ist Richtung Ausgang. Direkt in die Mitte. Wir gang. Okay, das Endziele ist, glaube ich, dass wir hier drüber, über diese Speedbahn. Äh, setzen wir, setzen wir, setzen wir da ein Portal und da. Warte, wo das erste? Und das zweite da hin. Längst von dir. Ach ja. Schaffst du's? Da hin? Ach, da hin, da oben. Okay. Schau, da stirbt man halt dann sofort. Aber wie willst du denn? Wenn ihr die Tests nicht bestellt, befreien wir die Menschen nie. Flug. Fili's. Fili's. Das Problem ist, ich muss, äh, muss wahrscheinlich den Laser, den Würfel hier nehmen von dem Laser. Ja. Und muss den dann in der Luft abschießen. Leerplattform rauskommen und dann wieder in der Luft zu kaputt lasern. Aber die Frage, das Problem ist, wie krieg ich den Würfel? Ja, wie krieg ich den Würfel? Naja, wenn du den, warte, du bist gerade. Warte mal, jetzt können wir den Würfel da drun, unten hinlegen, einfach. So. Jetzt geh ich da rüber. Ja. Und jetzt machst du dein anderes, dein anderes Ding da hinein, alles Porte. Okay? Und jetzt? Ja. Let's fight. Aber kannst du nicht sonst mit dem Würfel einfach da durchspringen? Nee, weil da ist ja dieses komische Energiefeld. Ich muss hier schnell genug diesen Würfel aufsammeln. Ah! Ah, Mist. Ja, okay, daran habe ich nicht gedacht. Kannst du dich sein? Nein. Aber das ist ja... Warte mal, das Portal liegt so, also muss ich... nach rechts gucken, ob das so gekommen ist. Alter, wow. Hey! Okay. Nice. Oh. So, und dann setze ich mal meinen Angriff noch darüber. du musst, du musst, dass man noch einen Würfel darüber bekommen. Von, von da, weil ich habe den kaputt gemacht. Nein! Oh, er ist runtergefallen. Ein Moment, wir haben's gleich. Ich guck dir grad zu. Komm her! So, warte. Und den muss ich jetzt da runterkriegen, auf das hintere. Hm? So. Boop. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Ich bin einer. Scheiße. Oh mein Gott. Nein! Also, oh Gott. Okay, Moment. Ich krieg das hin. Du könntest doch einfach... Kann ich den doch einfach rein... Ach so, Marte, ich kann den doch einfach da direkt reinfallen lassen, oder? Meinst du, der hüpft da nicht? So. Okay. Yay! So, jetzt musst du die Portale setzen wie voll. Waren die nicht so? Doch, die waren so. Okay, warte. Ja, ja. Kannst du da jetzt nochmal dahintun? Müssen gucken, dass er irgendwie... Okay, der Würfel hat gebaut. Ja. Drück nochmal. Ja. So, warte. Bitte. Diesmal bitte nicht. Hm, scheiße. Warum hat das vorhin geklappt? Ja, weil ich vorhin runtergegangen bin. Du musstest einfach gerade eben so wie gerade eben machen, nur halt, dass er nicht runter... ...dass du stirbst, aber... Ah, okay, gut, warte. So, bitte nicht sterben. Vielleicht kann ich den ja einfach hier so... Ups. Liegt er? Nein. Nein! Nein! Okay. Okay. Geh einfach runter und leg ihn hin. Aber... ...dann land... ...dann... ...dann... ...schwebe ich hier wieder zwischen meinen Portalen rum. Ja, da musstest du... ...must du halt... ...dann musst du halt schön drücken. Ja. Jetzt ist er auf mich gefallen. Moment. So. Oh ne, warte mal! Ne, passt schon. Ne? Ey, das orangen Zeug macht mich so aggressiv. So. Ich hab's gleich. Au! Sorry. So. Du hast es geschafft. Good try. Oh, oh, oh. Und ich bin auch nur fast... ...wieder reingefallen. So. So. Habe ich alle bekommen? Ja. Ja? Ja. Cool, ich... Ich häng fest. Ich bin... Ich bin dem Tod geweiht. Hahaha. No. Komm, spiel. Das ist doch fies! Wenn jetzt ein dummer Spruch kommt, dann äh... Okay, dann... ...let's los. Let's go. Let's go home. Ähm. Äh, warte. Wie war das genommen? Da. Hier unten. Nein, nein. Da oben. Da oben. Das andere. Das... Das Dunkel. Das Dunkel lässt du da. Genau. So, und jetzt gehst du rüber und ich setze die anderen beiden Portale. Ja. Und los. Hast du? Okay. Hey. Nice. Geil. Noch zwei Tests, bis wir bei den Menschen sind. Yeah, ich liebe Menschen. Menschen sind toll. Na. Nach diesem hier folgt nur noch ein Test. Ich weiß, eure Kerne entstammen Taschenrechnern, geeignet für simple mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar subtrahieren. Wow. Oh, das ist schon edel. Ich mag Mathematik. Ja. Wir müssen irgendwie den Würfel abfangen, dass er nicht runterfällt. Okay, mach mal. Warte mal, was macht der andere Knopf? Ähm, da kommt da... Achso, hier ist noch einer. Ja. Irgendein Time. Und was macht das? Ja, das macht, dass hier so ein Dings ist. Dass da einer hingehen kann und dann, äh... Ach, da oben. Und da vorne ist noch ein Knopf, der macht wieder Glibber. Yes. Warte mal. Ich hab ne Idee. Oh Gott, ich hab ne... Und zwar... Hm? Du kriegst jetzt von mir ne Aufgabe. Ja. Du musst schnell sein. Warte mal. Ah. Macht's. Muss ich jetzt... So, was du jetzt machst, okay? Du machst dir jetzt... Hier ein Portal hin. Warte mal, ich mach dir die zwei Portale hin. Ja. Und ich muss da jetzt die ganze Zeit dazwischen rennen. Ja. 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 Du musst da richtig schön Geschwindigkeit aufbauen. Ja. Und dann schieß ich dich da rüber. Ja. Mach das. Bist du ready? Ja, ja. Und dann muss ich den Würfel fangen. Ja, ja, ja. Dann landest du da drauf und dann drück ich den Würfelknopf. Okay. Mach... Bau die Geschwindigkeit auf. Du it. Und... Los. Gott, ich bin so langsam. Ja. Ja. Ich drück den Würfelknopf? Ja. Und raus. Tada. Uh. Wow. Easy peasy. Nice. Wegen der Menschen, nicht alle sind Monster. Die meisten sind gute Testsubjekte. Ich glaube auf eine Million gute Testsubjekte kommt etwa... Ein Monster. Okay. Wenn sie das sagt. Wenn sie das sagt. Was hast du mit dem gemacht? Nice. Okay. Hast du auf den Knopf gedrückt? Ich? Oder ist das einfach nur so passend? Ich hab gar nichts gemacht. Okay. Tatsächlich. Bring der mal rüber. Mach mal. Okay. Ist aber scheiße. Aua. Enttäuscht mich nicht. Findet die Tür zur Kammer. Hä? Ist aber scheiße. Hört auf damit. Ihr müsst nur die Tür zur Kammer öffnen. Chill mal. Ah warte ich. Warte. Warte. Ne. Ach. Springst du damit da rüber? Ich glaube langsam. Ihr wollt die Menschen gar nicht retten. Warte. Kann man da rüber springen? Klappt das? Oh. Warte. Ich hab. Ne. Das hab ich gehabt schon gemacht. Das funktioniert nicht. Okay. Da kommt das Zeug raus. Da kann man nicht durchschießen. Oh. Warte mal. Äh. Warte mal. Mach mal dein Dings da auf meins drauf. Mein rotes? Ja. Ne. Dein gelbes mal. Ich mach ja dein gelbes jetzt hier drauf. Bring her. Ah. Warte. Oh cool. Hallo. Hi. Hi. Soll ich mal drücken? Äh. Äh. Ne. Warte. Wo muss das hin? Drück mal auf das Ding. Drück. Ja drück. Ah. Und das geht da. Warte. Und ich nehme an das muss hier drauf. Drück mal. Rup. Pff. So. Ich mach. Jetzt macht das Rote noch eins runter. Genau. So. Jetzt kommt man da schon bis da rüber. Ja. Ich glaub schon was du sagst. Aber ich frag jetzt wie komm ich hier ohne zu sterben. Yes. Oh. So. Jetzt bist du ja einfach wieder am Anfang. Ja. 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 Fast geschafft. Jetzt enttäuscht mich nicht. Hui. Hey. Go. Menschen. Wir wollen Menschen. Irgendwie hab ich das Gefühl dass die Menschen alle tot sind. Kommst du bei dir lang? Ja. Hier ist die Fotte. Ah. Warte mal. Aber wenn wir hier durchgehen dann sterben wir. Ja. Ja. Geh da nicht rein. Nee. Aber muss man hüpfen? Vielleicht? Aaaaaaah. Mh. So. Können wir irgendwie fallen hier? Nee. Sollst du hier mal alles kaputt. Ha. Ich weiß wie wir's machen. Komm mal durch mal. Komm mal hier wie hier hoch. Ja. Und schieß dein rotes hier runter. Momentchen. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ja super. Super. Okay. Schieß mal rüber. Und warte einfach kurz hier auf mich. Mhm. Theo kannst gleich durch mein Portal. So. Theo kannst du durch. Du kannst jetzt reinspringen. Hä? Hm? Zurück? Geh durch? Geh zurück? Wann nach hier? Ja. Nice. Gott bitte treffen. Yes. Dass man nicht so alles findet. Mhm. Voll gut. Menschen. Menschen. Wo? Dahinter? Ich würde mal. Wir müssen. Zu dieser großen Tür. Da ist ne Kamera. Okay. Wir müssen da rüber. Irgendwie. Gucken wir mal was da drüben so ist. Wir holen uns den. Wir holen das jetzt. Okay. Hier kommt Zeug raus und man muss hier irgendwie hoch. Oh ne. Okay. Also hier ist ein Raum mit ner Druckplatte. Aber der ist zu. Da ist Glas davor. Ah, hör auf! Wo bist du grad? Wo bist du? Ah. Ah, ich glaube ich weiß, was ich machen muss. Warte, dann geh ich mal bei mir rüber. Vielleicht find ich's auch raus. Ich darf nur... Nee, also ich komm bei mir in diesen zweiten Raum nicht rein. Wir müssen wahrscheinlich das erst bei dir drüben machen, bevor man hier rüberkommt. Warte mal, ich... Was? Wie, du kommst da nicht rein? Da ist so ne Glasscheibe davor. Da ist so ne Glasscheibe davor. Und da komm ich nicht durch und kann auch nicht durchschießen. Okay. Vielleicht ein Pott. Ach du Eier. Gott. Okay, da hinten ist der Override. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Ist hier drüben? Ah. Oh, hol mal den Würfel. Ah. Drück auf den Knopf. Ja. Wuii. Okay, was mach ich jetzt mit dem Würfel? Brauchen wir den vielleicht... Knoppen? Also ich hab noch keine Würfel... Ich kann ja den Würfel jetzt auf jeden Fall hier runter droppen. Droppe ihn mal runter. Droppe ihn mal runter. Droppe ihn mal runter. Zu mir? Da wohin? Ach der ist jetzt draußen. Hier außerhalb? Mhm. Ah da. Ja, hier bin ich auch. Ah. Okay. Wahrscheinlich sind die Hebel da oben die für die Tür hier. Ah. Okay, okay. Komm mal mit. Oh, fuck. Jetzt haben wir halt diese Kackwürfel hier unten. Oh. Ich lass die mal einfach hier liegen. Wir können ja einen neuen holen. Komm mal mit hoch hier. Oh, das ist falsches Ding. Äh. Hast du dein... Nein. Warte mal. Hier gibt's so Klappteile. Ah. Ah. Äh. Ich gehe vielleicht noch hierüber. Da? Oh. Da drüben ist wirklich noch was. Oh, da. Wollen wir vielleicht... Oh. Ähm. Ich geh hier mal lang. Hopp. Hopp. Äh. Und hier ist dunkel und hier landet man im Wasser. Okay. Die Dead Zone. Hopp. Warte mal, hier sind aber Zahlen dran. Eins, zwei, drei. Hm. Vielleicht bist du die Lace hier blockieren. Ah. Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Warte mal, ich hole dir kurz... Ähm. Springen wir du kurz runter. Weil ich brauch das rote Zeug. Warte mal, ich guck mal, ob das... Ob das... Ja, du brauch das rote Zeug. Ja. Äh. Mach an. Also ich würde sie natürlich bitten, hochzukommen. Das wär's ja lieb. Ähm. Wo ist dein... Du musst das gelbe setzen. Dein rotes ist noch hier oben. Gib's zu mir hoch. Ja, wie komm ich... Dein gelb ist auf den Boden setzend. Ach, das ist mein rotes noch dort. Das ist noch oben, ja. Ah. Ach so. Ja. Jetzt nimmst du den Würfel und gehst rüber zu den Lasern und musst dann immer die 1 ausmachen, die 2 ausmachen und die 3. Ah, nee. Warte mal. Gib mal, gib mir mal den Würfel. Ich weiß, wie wir's machen müssen. Wir müssen nämlich schnell sein. Stell dich schon mal da hin und sei bereit. Hahaha, ja. Bin mal bereit. Weil ich lege jetzt den Würfel hin und es leidet langsam runter. Ah, ja. Auf, lauf, 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 lauf. So, welches soll ich jetzt? 3, 2, 1, drück. Gut. Ich hab's geschafft. Ah. Ah, und da ist jetzt auch offen. Jep. Okay, wenn man hier draufkriegt, dann geht da hinten eine Platte raus. Hier kommt das Sprungzeug raus. Warte mal. Oh, Maschinengewehre. Mach das mal da oben hin, dein gelbes. Ja, okay. Das geht aber in die falsche Richtung. Das ist das. Das. Ähm. Mhm. Okay. 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 Kann ich, ähm, also hier und dann, warte mal. Okay, das reicht nicht. Was, wo willst du hin? Das bringt relativ nichts. Wie kann man denn, wenn das hier umgedreht ist? Ich weiß nicht, bringt das dir irgendwas? Was? Was hier? Oder gehen halt die Portale weg. Ja. Ähm, ne, ich hab gedacht, dass man irgendwie das blaue Ding hier, hier oben langleiten muss, aber... Ah, kannst du... Kannst du einfach mal das blaue, dein Portal hier bei dem blauen... Oh. Wow. Gut wiedersehen. Ja, was soll ich machen? Was? Ja, 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 lach mich nur aus. Hehehehehe. Äh, kannst du dein Portal hier einmal hier oben hin machen? Ne, hier unten. Da hast du schon. Yes. Und dann hier noch. Okay. Okay. Jetzt an die Wand, nicht oben. Jetzt. Ähm. Und das war's? Da rein. Warte, kann ich... Der wird's halt von... Die ersten beiden Sprünge... Und halt nicht dieses blöde Ding hier wäre, ey. Frech. Warte mal. Ah, warte. Oh. Okay. Hast du grad Hüpf... Hüpfschleim auf dir gemacht? Ja, aber das ist zu weit geflogen. Ja, aber warum sollte man hier durchschauen können? Muss irgendeinen Grund haben. Hm. Warte, aber hier oben sieht man nicht, wo's ankommt, ne. Ja, aber da... Hä? Warte mal. Äh, ich hab... Ich hab ne Idee. Okay. 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 Ich hab' den. Was hast du gemacht? Wow! Nice. Dann hopf dich mal rüber. Okay, ich bleib erst mal hier. Bleib du mal drüben, weil irgendwas musst du noch machen wegen den... ... anderen Dingern hier. Ja. Ja. So, was machst du dort? Mit... mit dem? Ähm... Stell dich mal auf den Knopf. Hm. Okay, jetzt kommen wir auf jeden Fall... Komm ich da hoch? Nein. Aber was passiert bei dir, wenn du auf deinen Knopf drückst? Ey, dann geht hier bei mir hier ne Platte aus. Ah, okay, okay. Ah, okay, okay. Und halt auch nicht besonders... Ups. Besonders viel. Ups, ich bin von der Platte runter gegangen. Ne, du bist von der Platte runter gegangen. Ja, du musst doch auf der Platte drauf stehen. Bleib doch mit der Platte da. Ähm... Ja, ich kann halt von der Platte aus... Könnte höchst... Hier ist ja schon alles voll mit... Wir müssen... Wir müssen hier hoch, weil wir dann da rüber müssen. Also mit dem... Hochboost... Beiratung haben... Äh... Feldblau, soll man sehen. Da kommst du jetzt... Kommst du da hoch? Kommst du da hoch? Ja... Kommst du da hoch? Ja... Aber kann ich... Warte, kann ich schon von dem Ding runter? Ja, du kannst zu mir kommen. Ähm... Wie? Wie? Einfach hier drüber. Ja. Achso, ich hab gedacht, du bist schon wieder... woanders. Und stell dich mal einfach auf den Knopf bei mir. Ja... Nein... Oh mein Gott... Das tut... Well... Jetzt bin ich schon wieder... Ich bin... Ganz aber... Ja... Ich bin hier in diesem tollen Strudel. So... Nochmal... Ja... Jetzt einfach hier auf den Knopf. Bleib bitte draufstehen. Okay, jetzt bin ich schon mal hier drüben und hier ist auch Knopf. Okay... Ja, okay, wir haben es geschafft. Ist das im Hauptraum grad gewesen? Ja... Ja, das ist im... Drüben im Hauptraum ist jetzt das Sprungzeug aus. Du kannst, komm... Heißt das, ich kann mich jetzt töten? Wenn du keine Lust hast, drüber zu laufen. Ah! Schneller! Okay, willst du bereit? Los geht's, ich dir schon mal. Mhm... Ich komme hinterher. Yay... Oh! Na super. Okay... Die Kamera zum Schloss. Hä? Wohan soll ich das denn erkennen? Versucht es. Was versuchen? Hä? Blue, was hast du gemacht? Orange, mach dasselbe wie Blue. Oh! Was hast du gemacht? Äh, du bist... Wink mal! Wink der Kamera zu! Geschafft! Wow! Okay! Du bist weg, du bist da! Oh, jetzt... Das ist eine ganz schön große Tür! Ja! Keine Menschen! Du bist weg! Du bist weg! Und das ist ein чемgekehrt. Du bist weg! Das Testen hat sich gelohnt. All diese Testsubjekte. Ei, 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 das sind aber wirklich schnell. Oh Gott, oh Gott. Die Wissenschaft dankt euch. Es geht schon jetzt ab. Genug gefeiert. Es gibt noch mehr Arbeit. Süß. Oh nein, du bist kaputt. Oh, ich auch. Oh Mann, als ob wir jetzt einmal in die Luft gesprengt wurden. Toll. Eusche. Sehen wir die Akten ein. Kein Teamplayer. Soziale Inkompetenz. Ist undiszipliniert. Die Würfel. Teil nie. Ja, guck mal, da warst du. Schläft nur. Nie pünktlich. Schlechter Zuhörer. Häufiges Nichterscheinen. Klappermaul. Oh, hast, hast, Montage. Flampig. Siehst du was anderes als ich, ne, oder? Nö. Zauderer. Kröpktisch. Immer zu spät. Immer schlecht. Ja, wir sind durch, meine Freunde. Aber wir wissen ja, es gibt noch ganz tolle Extra-Levels. Haha. Märtyrer. Launisch. Schwebe ich bei dir auch gerade durch das Bild. Konfliktscheu. Ängstlich. Ängstlich. Aggressiv. Das mag ich. Schüchtern. Liebt Schadenfreude. Ich kenne nicht auch so welche. Kein Selbstvertrauen. Wie lang geht das jetzt noch, ey? Naja, wir sind bei K. Unterschätzt Arbeitsumfang. Tun Sie alle. Was kommen die mit... Oh, ist nur eine Laura? Die Auge. Bewegt Lippen beim Lesen. Magnadel. Analphabet. Ich frage mich gerade eben, ob diese Sachen... Stimmen zu den Personen, die mal da kommen, oder ob die einfach random was beingehauen haben. Ich hoffe, das stimmt. Betrüger. Sehr gut vorstellbar, ey. Klaut Essen von Mitarbeitern aus dem Kühlschrank. Das finde ich. Perfektionist. Wo liegt das Problem? Schwarzseher. Philipp Salzmann. Pong-Tep-Bang-Chang-Chai-Chu-Chit. Alter, wenn du Fries mit Nachnamen heißt, dann bist du auch... Oder Lord. Mein Name ist Lord Richard. Das ist schon Landfurcht. Das ist schon Landfurcht. Steve Bond. Mein Name ist Bond. Steve Bond. Sorry. Lacht über eigene Witze, Affe. Das bin auch ich. Will your bacon. Oh, bacon. Gut, das reicht zur Akte der ersten Person. Sehen wir uns noch andere an. Mein Schrank. Gänze Sons. Alienware. Ha 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 ha. Diss. Sam Gray. Tja. Auch die Nasa. Warte, wann kam denn eine Erde vor? Oh, jetzt kommen wir. Oh, wie sweet. Yay. Oh nein, süß. Ja, sehr cool. Ja, dann haben wir es geschafft, ne? Wollen wir die extra Levels noch machen? Diese vom Anfang? Ja, können wir reingucken, zumindest noch. Mal schauen, was es überhaupt kann. Yay. So. Ja, haben wir gemacht. Kunsttherapie, let's go. Bist du künstlerisch begabt? Äh, geht's? Ich bin besonders begabt in... Ach, come on! Hahaha. Ah. Was willst du denn, hä? Ach, come on. Hä, was willst du? Ich hau dir die Eier, ist so, zack. So, ich mach's dann auch mal in meinen Fahrstuhl. Dancen. Ja, haha, guck, ich hab gewonnen. Sterraschein Papier. Ich bin Julie, der Bessere. Ja, einmal. Oh, ein Foto? Ah. So, jetzt hopp, auf in deinen Aufzug. Willkommen in der Zukunft. Seit euren letzten Tests mit mir sind hunderttausend Jahre vergangen. Okay. Erinnert ihr euch noch an die Menschen? Es geht ihnen gut. Wir haben alle Rätsel gelöst. Ohne euch. Tests haben jetzt nur noch eine rein künstlerische Bedeutung. Oh, oh. Die Menschen wollen unbedingt, dass ich euch meine neuesten Werke zeige. Hier in der Zukunft, wo alle Menschen noch leben. Ich glaube, ich hab das Gefühl, dass sie nicht leben. Es zeigt, dass wir wegenlose Maschinen sind, die nach einfachen Regeln handeln und Schmerzen zufügen, auch wenn es uns widerstrebt. Warte mal kurz, ich mach dir kurz deine Roboter kaputt. Das lieb. Oh. Die schießen auf euch. Warte, brauche ich, warte, ich kann ihn hier vielleicht bei mir. Magst du noch einen fallen lassen? Ah, so. Hier bist du. Ich danke. So, was gibt's hier? Nichts. Bede. Also, kannst du irgendwas drücken? Weil ich hab hier so eine... Warte, kannst du dich hier draufstellen? Ja. Dann sollte bei mir hier das Ding hochgehen. Ja, danke. Und dann kann ich mich hier vorne draufstellen. Und was macht das? Ach ja. Ach so, ich brauch einen Würfel hier drüben. Ich hab grad irgendwie ein bisschen skuselgegereischt vor meinem Fenster. Oh oh. Du brauchst den Würfel? Warte, ich besorg dir den Würfel. Ja. Danke. Ah, fliegt jetzt rüber zu dir. Und genau, warte, ich hol ihn mir schnell. Dankeschön. Dankeschön. Mutan. Ist er da? Jaja. Ne, ich mein, 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 ich mein Bruder, weil Katzen ja auch drum. So. Das Problem ist nur, ich hab hier grad noch ein paar Roboter am Arsch. Ich seh grad. Die wollen, die wollen mein Bruder. Aber ich kann, ich kann ja nicht, warte, ich kann nicht rüberschießen. Ich hab hier nur diese komischen Wände. Warte mal, ich glaub ich brauch dafür den Würfel. Ich muss mal kurz den Würfel hier zurückholen. Ach so, dass du das auf die zurückleiten kannst. Ne, die benutzt jetzt einfach als Schutzschild. Cool, das hat funktioniert. Haha. Ich versorgte jetzt, ach so, ich schickte jetzt einen neuen Würfel rüber. Mhm. So, und hier? So, ich kann hier irgendwas drücken. Also, ich krieg hier ne Kugel. Ja, ich kann hier ne Kugel rüberschießen, wenn du magst. Kannst du mir ne Kugel geben? Ja. Ich bin jetzt grad auf der falschen Seite dafür. Ja, ich glaub ich muss dich umbringen, um die Kugel zu bekommen. Was? Drück mal auf die Kugel. Warte, warte. Wo kommt der? Ach so. Ah. Okay, mach, schick mir ne Kugel rüber. Okay. Ah. Okay, was mach ich jetzt mit der Kugel? Ähm, gut. Ja? Warte, ich schau mal kurz. Die Kugel muss da rüber. Ah, warte mal. Ich glaub du musst eine neue Kugel schießen. Mhm. Äh. Wieder da hin? Ja. Und warte, stopp, 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 stopp. Äh. Wer die Kugel fliegt, musst du da ein Portal machen und da ein Portal machen. Okay? Ja, ja. Okay. Ja, die Kugel muss erst mal durchgeflogen sein. Ja, so. Komm zurück. Alter, wir könnten Baseball spielen so gut. Nee, ich weiß nicht, der Ball. Warte, kommst du jetzt auch durch? Ja, warte, ich kann hier. Tada. Fuck ja, let's go. Ah, hey. Let's go. Nein. Ihr habt euch ja Zeit gelassen. Nicht, dass wir es eilig hätten. Alles in Ordnung. Bleib mir weg, du klaust mich bei der Kugel. Ich hab's vielleicht probiert, vielleicht. Warte mal, lesen wir erst mal hier, was auf den Zetteln steht. Knopf. Diese komische Brücke und dieses Oh, holy shit. Das ist der Stampfer. Ein frühes, primitives Erd. Ich schäme mich fast ein wenig, aber es kann euch immerhin zerstampfen. Ja, so ist das falsch. So, ich schnapp mir das schon mal. Oh Gott, ich glaube, ich werde sterben. So, brauchen wir irgendwo. Ach, da oben. Ach, das kann man hier, nehme ich mal an, irgendwie aufrichten. Dann muss das da oben hin. Der Laser muss irgendwie auf jeden Fall da reingehen. Ja, genau. Also irgendwie müssen wir wahrscheinlich diese Brücken hier hochrichten können, oder so. Und was macht denn der Laser? Ja, hier gibt's ne Brücke, aber die kann man nicht benutzen, weil hier ist halt der geschlossene Raum. Ist hier noch irgendwas? Ist das das? Okay, bring mir das doch dazu, dass der Laser dahin schieft. Okay, aber wie kriegen wir die hoch? Achso, oder ähm... Warte, schießt da vorne? So. So. Ja, du musst dich der Stelle... Du musst... Ja, stimm mal nicht dahin. Ja, ja. Und los geht's. Hoch mit dir. Und jetzt? Okay, du musst irgendwie da mit draufstehen, weil da oben ist nur das Ziel. Ah, warte mal, guck mal. Ähm, wir müssen den Laser... Auch da hinbekommen, weil damit machen wir das Ding hier aus. Und können dann die Brücke benutzen. Und dann können... Mit welchem? Aus da oben. Wir müssen hier oben mit dem Laser reinkommen. Ah, warte mal. Ja, da oben. Ah, soll ich da mal da rüber? Äh, halt... Oder kannst du... Oder halt einfach mal... Halt mal kurz den Laser. Äh, ne, ne, du musst die beiden Portale setzen, weil ich muss jetzt meine Portale setzen. Ah, ja, klar. Okay, ganz aufhören, ich hab die Brücke. Okay, ich hab die Brücke auf den hellblauen. Also ich darf jetzt nur noch rechts klicken. Ähm... Ähm... Ah, ja, na klar. Jetzt müssen wir... Jetzt setzen wir dein Ding, dass das Draht drauf zeigt. Ja, ja, ja. Das Rote. Warte. Warte mal. Warte, ist das richtig? Nee, warte, ich mach ein bisschen rüber. Du wirst nicht so ganz. Aber das... Warte, weiter rüber. So. Aber hier muss halt jemand stehen, weil das ist nicht hoch genug. Ach. Ach, das ist richtig. So. Aber was machen wir eigentlich mit dem hier? Ja, ich dachte, die können die Brücke dazu benutzen, den Laserstrahl zu blockieren und dann sozusagen alle hingehen und dann tue ich die Brücke weg und dann können wir hochfahren. Aber das geht ja nicht, weil der Laser, der guckt nicht drauf. Ach so, ja. Aber da drüben war auch nichts weiter, oder? Außer die Brücke zu holen? Nee, da war nur die Brücke. Und die Brücke ist ja auch so quer gebaut. Also die kann eigentlich nur benutzt werden, um irgendwas zu blockieren. Ah! Und ich weiß auch schon was. Gut, gut. Ähm... Hier. Und dann... Warte mal, setz mal... Setz mal da dein rotes Portal. Und... Genau. Das Teil hier... Kann ich das drehen? Ich muss es so nehmen. Nicht jetzt... So... Reinsetze? Warte mal, ich muss nichts reinsetzen. Das muss... Wo ist die? Da ist es raus. Da schießt es dann raus. Ich muss es einfach nur so reinsetzen. Und jetzt auf die Plattform, schnell. Ah, das ist ja Hammer. Heftig. Gut, weiter zum nächsten Testkunstwerk. Lasst es auf euch wirken. Interagiert, als solltet ihr es lösen. Es wäre das in der Zukunft noch von Interesse, was es nicht ist. Ja. So. Okay. Okay. Okay, hier ist ein Würfel. Den müssen wir irgendwie hier rausbekommen. Und... Ah, okay. Äh... Hier ist ein Loch. Okay, also hier in diesem Raum, wo ich gerade... Hey, du musst... Den Knopf drücken. Ja. Den Knopf drücken, du musst irgendwie da rüberkommen. Okay. Komm ich hier hoch? Äh, 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 äh. Ah, ich kann hier... Gibt's hier irgendwo was, wo ich... Oh, holy cow. Ah, warte. Also guck, wir müssen nämlich, ähm... Hi. Wenn du auf den Knopf drückst, wenn du auf den Knopf drückst, den drücken... ...kannst du dieses Teil, äh, kannst du... Ah, da. ...kannst du... Da. Hallo. Und zwar... Wenn du hier... Wenn wir... Wenn wir hier den Knopf drücken... Ja. Oh. Oh, das Spiel ist das unglaublich ruselige Geräusch. Dann geht hier das Teil auf... Und dann können wir von... Oh, fuck. Haha, ciao. Da können wir nämlich von hier den Würfel... Ja. ...durch hier ein Portal rausschießen lassen und einer muss fangen. Wir müssen jetzt nur... ...da rüber kommen. Da hoch an den... An den Knopf. Also hier, ähm... Oh, soll ich denn reinspringen? Soll ich denn reinspringen, damit ich... Ja, ne, also eigentlich bräuchte ich... ...müsste mir den Schwung irgendwo... Hier ist so ein... Was du auf jeden Fall machen kannst, ist... ...hier im Portal sitzen und auf der anderen Seite, damit ich durchfliegen kann. Ja. So, aber... Ja, warte, aber ich... Ich hol dich rüber. Jetzt, äh... Muss ich nur schaffen, komm nicht hier rein, weil sonst gehen wir in ein Portal weg. Ja. Irgendwie hier Schwung zu bekommen... ...dass ich hier rausgeschossen werde. Hopp. Hm. Oh. Oh, das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Aber da müsstest du dann im Sprung dein Portal irgendwo hinschießen? Ja. Sprung, Schwung. Ja, das stimmt schon. Warte mal, vielleicht habe ich das... ...blaue einfach zu hoch. Bist du? Könnte ich rein. Hm. Nicht so lande ich nur immer auf. Ich kriege da auch so viel Schwung durch den kleinen Sturz. Ach so. Warte, du hast doch dieses kleine Fensterchen? Nee, das ist aber so los. Warte mal. Ah. Ja. Ah. Ja. Ja. Oder wenn du das... Hier muss ich das eine setzen, hier das blaue, wenn ich dann durchsitze, muss ich das platten, muss ich das wieder umsetzen. Ja. Ja. Voll gut. Yes. Ah. Yay. So. Ja. Okay, das ist jetzt für immer offen. Gut. Ja. Dann komme ich rüber. Ähm, ich, äh... Denkst du, du schaffst es, das aufzufangen? Ja, das kriegst du schon hin. Ich probiere. Mhm. Okay. Ich schmeiß es jetzt einfach mal rein und du guckst mal, wie es dann fliegt. Nö. Also ich denke, ich muss ein bisschen... Ich sag dir jetzt einfach jetzt, wenn du nix reinfallen lass, okay? Ja. Jetzt. Perfekt. Yes. Sehr gut. Ihr habt alle Metaphern dieses Exponats in Rekordzeit entschlüsselt. Ich betrachte es als künstlerisch wertvoll. Welche Metapher? Wie kann es verkaufen? Oh Mann, da kein Trinkwasser. Was? Was ist passiert? Hier kein Trinkwasser auf der Map, soll ich sagen. Kein Wasser? Ja, kein Trinkwasser hier. Ah, und es gibt wieder dieses tolle blaue... Es gibt eine Brücke und ein toll hier... Ja, was ich am liebsten habe. Okay. Ach, warte. Ähm, ja, ich war gerade... Ja, okay, dann würde ich noch sagen, let's go, ne? Let's go. So... Tadaa... Ups. Ähm... Du musst hier auf die blaue Zeit, soll jetzt links springen. Oh, ach so... Ja, gut, alles klar, tschau! Oh Mann, oh, warum immer ich? So... Ich hab' ja bereits gemerkt. Nochmal bitte... Oh nee, jetzt muss das nochmal... Ähm... Ja... Kannst du nochmal... Dein hellblaues nach hinten setzen, bitte? So, warum... Ach so... So... Sing... Danke sehr! Danke sehr, gern geschehen. So, jetzt bitte nicht wieder in den Tod springen. Bitte... Nein! 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 Ich wollte ihm doch nicht gegen... Ey, ich komm... Es tut mir echt leid. Ich geb' mein Bestes, ne? Aber es ist nicht besser als das. Das geben hier... Mach mal dein... Jetzt, okay, ich dräng mich jetzt wirklich an. Nein, 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 nein. Schaffst du das denn? Äh, ja, Talent würde ich... Okay, alle guten Dinge sind drei. Ich glaube, wenn du das alleine spielen würdest, wäre es viel schneller, aber... Aber das wäre jetzt nicht so lustig. Ja, äh, ich glaube hier am Ende fehlt noch ein bisschen was, kann das sein? Okay, vielen Dank. So, jetzt, bitte. Bitte. So, stopp. Ja, genau, danke. Und jetzt... Ah! Oh, warte. Bitte. Hey! Hey! Oh, dann, ah! Oh, dann! Fuck sogar! Huh? Hallo, hallo? Jetzt geht's weiter. Auf mich auf zu lachen. Hm? Okay. Würfel. Da! Das ist... Ach so, das ist ne schnelle. Was passiert wenn man sich jetzt hier drauf stellt? Ah ok dann klappt das Teil hier auch. Ich glaube wir müssen den Würfel hier auch runter bekommen. Äh warte? Mach mal da, mach mal ähm. Mach mal die Brücke hin. Warte ich fix. Wohin? Da und da. Da ist falsch. Ah hier oben? Boah das ist das Speed Zeug ne? Ja und jetzt noch ein Spring Ding oder? Hier oben. Ja genau. Aaaaaaaah. Wuh! 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 okay jetzt noch irgendwie kann man hat also das dagegen wenn du hoch genau oder Oh! Oh! Ab sofort lautet das Motiv dieses Werks nun, überleben. Sehen wir, wie ihr damit zurechtkommt. Hey! Ah! Ah! Oh! Nein! Nein! Es tut weh. Ah! Ah! Huch! Ach, frag nicht. Hä, wieso? Hast du das Portal weg gemacht? Was? Ich hab gar nix, als du eins gemacht hast, hab ich da nix gemacht. Ah, still, ja, macht Sinn. Warte mal, ich hab ne Idee. Ah. Oh. Oh. Bringt das irgendwas? Ja, ich glaub sogar. Ja? Ja? Ja, warte mal, ich hab ne Idee. Ich muss gucken, ob das klappt. Ah. Okay. Gut. Äh. Mhm. Ah. Ah nein, nicht das Zeug. So. Haha, nice. Jetzt hopsen wir hier hoch. Ah. Ich will nur hopsen. Ich will nur hopsen. Ey, mach mal da n Portal hin und da. Ah ja. Ja. Ey, jetzt, es äh, funktioniert nicht so ganz. Wollen wir das Portal hier weg? Genau. Aber du kannst auch nicht von hinten angerannt kommen und dann hüpfen. los. Und dann wieder raus. Nee. Ey... Oh. Ey. Aber das bringt ja auch nicht viel. das bringt uns auch in keinster weise weiter so aber also theoretisch bräuchte er das orange und dann ein blaues zum springen aber das kriegt ja ja Okay. Zeh hier oben. Oh, ich wollte nur sagen, dass ich oben bin. Warte, wie hast du's geschafft? Ich bin einfach auf der Brücke. Ach so und dann gegen die Wand gesprungen? Ja genau, gegen die Wand springen und dann wirst du hier zurück katapultiert. Ah! Okay. Ach, come on. You can do it. Ich schaff's gleich aus. Okay, ich würde... Zack. So, warte dann. Gib mir die Geschwindigkeit. Warte mal, du kannst jetzt nicht das Ding setzen, ne? Warte, muss ich... Ah, okay. So. So. Genial. Einige der nächsten Exponate haben aktuelle Relevanz. Aber bis du dort ankommst, werden sie eher historische Bedeutung haben. Oh, jetzt... Aua! Was macht ihr denn noch hier? Wer? Die Demontage ist defekt. Kein Grund zur Sorge. In gewisser, wenn auch für euch unverständlicher Weise ist es sogar lustig. Ha, ha, ha. Jetzt exportieren wir safe, oder? Ja, ja. Wir haben jetzt den Kontrollschacht. Oh, doch nicht. Oder wir stürzen... Do you? Herr Julian! Unter jeder Demontagestation ist Entschuldigung. Findet ihn und schaltet den Strom ein. Ich wollte euch das ja schonen und weisen mit all dem utopischen Kunstmüll. Aber sie hat es nicht zugelassen. Hört mir jetzt genau zu. Wir sind nicht 100.000 Jahre in der Zukunft. Das war gelogen. Es sind 50.000 Jahre. Nein, stimmt auch nicht. Ich lüge, wenn ich nervös bin. Es ist nur eine Woche. Nächste logische Frage. Warum bin ich nervös? Bin ich gar nicht. Noch eine Lüge. Wir stecken in Schwierigkeiten. Eine Woche später jede Menge Schwierigkeiten und ihr müsst unbedingt die Demontageeinheiten wieder in Gang bringen. Okay. Das machen wir online. Das mache ich online. Ich gebe denen einfach die Kohle. So. Könnte ich irgendwas entdecken? Ich würde jetzt wieder so eine komische CD finden. Ja, bestimmt. Oh, okay. Strom ein. Beeilung. Wir müssen euer Training beginnen, bevor etwas anderes passiert. Strom. Da muss ich einen Schalter. Da? Ah, hier. Du musst, dass wir in den anderen Raum gehen. Ach so. So easy. Eins, los. So, und jetzt einfach reingehen? Ja. Ich glaube, wir waren nicht schnell genug. Ach so. Drei, nicht gleichzeitig. Drei, zwei, eins, los. Gut. Die Demontageinheiten sind repariert. Stimmt nicht, aber sie sind nicht mehr ganz so kaputt. Da ist einer am Ende dieses unvollständigen Testbereichs. Oh Gott, oh Gott. Oh. 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 Diesmal gibt es nur Zeug, das auf uns schießt. Wo? Äh, was ist denn weiß? Da am Ziel mal wieder. Ach so, wir können da rüberlaufen. Kann man da hoch springen? Nein. Eine uneröntbare Barriere. Eine Treppe. Wupp. Ne. Leider nicht. Oder ist es irgendwo ein Portal, irgendwie eine Fläche, wo wir ein Portal hinschießen können? Ich seh gerade einfach gar keiner. Drüben. Äh. Ne. Hä? Okay, was genau ist das weiße Zeug? Das... Was meinst du mit weißem? Welches weiße Zeug? Das da? Was zum Rohr kommt. Äh, das ist, ähm... Ah, warte mal. Ah, perfekt. Das ist, ähm... Portal-Farbe, sozusagen. Kannst du irgendwo... Die kannst du irgendwo hinspritzen und dann kannst du... Daher... Dinger für Portale erzeugen lassen. Warte mal. Müssen wir das jetzt hier durch diesen ganzen Raum ziehen? Oh. Muiii. Annet mich auch den Davincien-Port. Annet mich auch den Davincien-Port. Und da. Wo ist denn? Oh. Oh oh. Nee, da geht nix ja. Warum kann man hier keine Portale drauf machen, das ist schon frech. Scheiß Gitter. Brau, die Oberfläche. So, wie kriegen wir das da rüber? Okay, wir müssen es irgendwie schaffen, dass die Farbe da rüber kommt. Ja. Die Frage nur, wie? Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Ah! Ich denke, es ist irgendwas von neben mir, aber es ist nur aus dem Spiel. Vor allem, wenn wir drüben sind, wie schalten wir die Teile da aus? Auch eine gute Frage. Ah! Bist du da rüber gekommen? Na, wegen nur so'n kleiner Schmutz. Aber es reicht. Haha! Okay. Warte mal, wir müssen es irgendwie da hinbekommen. Wohin? Warte, ich sehe, wo stehst du gerade? Oh Gott, ich kann hier das alles gar nicht anschauen. Oh Gott, ich kann hier das alles gar nicht anschauen. Ah! Ah! Da muss bei Farbe hin. Ah! 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 Ich will nicht sterben. Ach, das eine mal mehr oder weniger. Okay. Ja. Klappt. Klappt. Okay. Klappt. Klappt. Wo stehst du? Du schwebst. Was? Wir arbeiten uns langsam vor. Wo kommen wir damit hoch genug? Ich hoffe doch. Mach's ganz toll. Also ich hoffe, dass es das das Richtige ist, aber das wäre jetzt das Einzige, das mir so wirklich einfallen würde. Ja, vielleicht, dass es dann halt oben auf die Plattform drauf kommt. Da drüben. Weil woanders ergibt ja gar keinen Sinn. Aber ich glaube, das hat es noch nicht so ganz nach oben geschafft. Wollen wir da hier noch ein bisschen her spürzen? Ja. So. Wie kriegen wir da jetzt hin? Okay. Wir müssen uns jetzt halt irgendwie wieder darüber befördern. an. Oder irgendwie, wir müssen irgendwie hier hochkommen, damit wir auch da auf der Seite ein Portal bekommen. So hoch? Warte mal, mach mal hier ein Portal hin und da. Ja. Mach mal das Portal so, dass es auch wirklich so richtig liegt. Ah ja. Geht schon? Ah, ich gucke in die falsche Richtung. Ah, perfekt. Nein, ist zu klein. Scheiße. Was fand ich da oben drauf? Nicht. Ist da nicht genug. Warte mal, aber ich glaube, ich weiß, wie wir... Ich glaube, ich weiß, lass mal dein Portal da. Ja. Ja. Wir müssen hier deswegen hinbekommen. Yes. Okay. Jetzt müsstest du, glaube ich, gehen. Ah. Sehr gut. Geht es ganz rüber? Äh, es geht nur an die Seite, oder? Geht es nur an die Seite? Ja. Nee, es ist nicht drüber. Warum geht das denn nicht ganz rüber? Ja. Um das blaue... Huch! Oh, verdammt. Das blaue weiter vormachen vielleicht? Dein dunkelblaues, meine ich? Äh. Kriegst du das hin? Ach, das siehst du so schlecht, ne? Ich hab's nicht weiter vormachen schon. Oh. Ganz rüber. Oh! Nee, aber das bringt auch nichts. Kannst du auch ein Portal machen? Ja. Bringt das was? Naja. Guck mal, wie haben wir denn da oben was hinbekommen? Hä? Wie haben wir denn da oben Fabel hinbekommen? Was ist das? Das war's. Ja, warte mal. Ich glaube, vielleicht habe ich jetzt sogar... Wir machen nochmal da deine beiden Portale hin. Ja. Alter, bleib doch. Wieso konnte ich vorhin am Rand stehen bleiben, aber dieses Mal fliege ich immer durch. Jetzt ist es nämlich genauso, dass wir da ein Portal hinschießen könnten. Ja. Aber ich bleib hier einfach nicht. Warte, soll ich noch... Dann muss es hoch. Ja. What? Warum schließe ich denn jetzt das Portal kaputt? Ach, mein Gott! Äh? Warum schließe ich denn immer dein Portal kaputt? Warum schließe ich denn immer dein Portal kaputt? Ach, mein Gott. Frustrierend. Tja. Oh! Also ich stehe jetzt gerade drin. Wohin soll ich schießen? Da? Oh! Ich habe eins drüben. Dann mach dein rotes hier hin. Achtung, da sind die. Du musst die Würfe... Wir müssen die Würfe wahrscheinlich mit sehen. Oh! Darfst du? Ja. Okay, let's go! Haha, ja, das macht ja Spaß mit der Farbe. Oh! Oh! Folgendes Problem. Irgendwo hier befindet sich ein altes Prototyp-Gehäuse. Jemand hat es gefunden, sich damit verbunden und will jetzt meine Anlage übernehmen. Die ganze Woche habe ich versucht, einen dieser Menschen in eine Tötungsmaschine zu verwandeln. So eine Weh. Na, ihr wisst schon wer. Es ist erstaunlich, wie wenig so ein Mensch aushält und wie überaus lautstark sie das mitteilen. Lange Rede, kurzer Sinn. Alle Menschen sind tot. Damit hängt alles an, euch zwei Matschbirnen. Das ist nett. Hahaha. Oh gut, ich wusste nicht, ob die Remontage funktioniert. Die geheimnisvolle Frau im Prototyp-Gehäuse hat eine Botschaft für uns. Sie hat keine Angst vor mir. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Wir testen weiter und beweisen so, dass wir auch keine Angst vor ihr haben. Egal wie tödlich diese Tests enden. Ähm, stell dich mal da hin. Wir bekommen jetzt einen Würfel. Moment. Ja. Jetzt. Bitte. Ja. Ja. Oh. Oh. Warte, wir müssen gleichzeitig hochspringen. Weißt du, sonst komme ich nicht hoch. Äh, ich habe hier sonst Portale. Aber unten ist keine, oder? Nee, du musst den Würfel mitnehmen und runterkommen. Okay. Drei, zwei, eins, los. Um? Nice. Ähm. Oh. Warte, und... Achja, warte, äh... Nee. Kann ich dich nicht irgendwie hier rüberholen, wenn du den Würfel jetzt wegnehmen würdest? Ja, wenn der Würfel wegnehmen, dann fällst du runter und ich fall wieder ganz runter. Ja, aber ich kann... Nee, du kommst von da drüben nicht. Ja, machen wir's einfach mal. Oh Gott, das war knapp. So. Holla. Also. Was kann ich hier machen? Okay. Huch. Was ist das? Warte mal, hast du da unten... Ja genau, jetzt brauchst du hier ein Portal und hier ein Portal und ich kann raus. Hoch. Achso. Ahja, klar. Hi. Das gehört. Kann man sogar rüber. Nee. Warte, du kannst rüber. Warte. Warte. Äh... Kann jetzt hier ein Portal setzen. Mhm. Äh... Und dann muss ich hier runterspringen. Und... Du auch. Wieder zurück an... Du musst den Würfel mitnehmen. Du musst über die Brücke zurücknehmen und den Würfel mitnehmen. Mhm. Hau da ab. Alter, stopp. Mach's nicht. Guck mal, wenn ich da... Da ist nämlich wieder dieses komische... Ne, doch, 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 doch. Oder? Ja, mach's mal. Okay. Okay. Mach's mal. Okay, und jetzt wieder hoch. Drei, zwei, eins, go. So. Stell den Würfel ab. Soll ich ihn weg tun? Äh... Ja. Ja, genau. Jetzt dropp dich wieder runter. Warte mal, ich war so braind... Ich bin so braindead. Mach dich wieder hoch. Komme. Jetzt kannst du auf jeden Fall rüber. Ja, komm mal her. Wir müssen das gleiche nochmal machen, nur dass ich auch herkomme. Komm mal wieder runter. Geh du dieses Mal rüber, setz das Portal da. Setz deins da drüben. Hier oben? Ja. Egal welches bei mir, ja. Ja. Spring runter. Ja. Ja. Ja, spring runter. Ich glaub jetzt runter, zu dir. Mhm. Wir machen das gleiche nochmal, also. Bereit? Mhm. Drei, zwei, eins, go. Jetzt kommst du mit. Und jetzt machst du dein... das rote Portal hier hin. Mach mal dein gelbes noch bisschen weiter runter. Ja, ja. Reicht das? Mission erfüllt. Jetzt weiß sie, dass wir auch keine Angst vor ihr haben. Das war nur eine Aufwärmübung. Der eigentliche Plan lautet, ich verwandle euch in Tötungsmaschinen, damit ihr sie töten könnt. Prost. Prost. Mal sehen, wie aus Matschbernen echte Tötungsmaschinen werden. Seite 70. Ja. Wie groß bist du, Testsubjekt? 1,45. Seit wann kann man Abfall so hoch stapeln? Moment, das ergibt keinen Sinn. Abfall wird durch Abfall wird nicht schmittlich 2,30 Meter hoch gestapelt. Ach. Das weiß ich sogar. Da ist ja jemand. Testsubjekt, deine Mutter ist so... Hm. Das ist ja widerlich. Trainiere einfach weiter, während ich mir das hier ansehe. So. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Kugel da holen. Mhm. Äh. Ah, aber so geht die Kugel, können wir nicht die Kugel holen. Ach so, da ist... Ach scheiße. Aber sind da Portale irgendwo? Nee. Hier drüben auf der anderen Seite? Das sind halt überall diese Gitter. Ah. Wir müssen erstmal irgendwie... Warte mal, wenn wir den einen Laser müssen wir hier irgendwie rein bekommen. Hier rein. Und hier kann man sich irgendwo hinschießen lassen. Ah. Ah. Ähm. Mach mal hier ein Portal. Und da drüben müsstest du auf den... müsstest du da oben einsetzen können. Und da kann ich auf den Knopf dann drücken. Warte. So. Hier. Oh. Das war eine Suizidmission, aber... Hier kommt der Würfel. Aber der ist jetzt... Der ist da unten in den Matsch gefallen. In welchen? Direkt neben dir, wo du grad gestorben bist. Ach so. Da kommt auch der Würfel raus. Ja. Da ist du. Kann man den drauf. Ja. Kann man das auch irgendwie umkehren, diesen Strahl? Ah ja. Natürlich. Hier. Hier mit. Hier mit. Mit dem Lay. Ah ja. Ja ja klar. Und dann muss ich eins da rüber. Ja. Mach ich. Dann schieße ich mich wieder rüber. Mhm. Oder warte mal. Du musst mich rüberschießen, weil du musst ja dann auch den Laserstrahl wechseln. Weil wenn du den Laserstrahl wechselst, dann würde ich ja hier deinen Portal wegmachen. Also du machst hier eins auf den Boden und da oben eins. Warte. Ist das egal? Wie ist das auch okay, wenn der so schräg ist? Ja ja. Und wohin noch? Da. Ach da. Ja. So. Okay. Okay, wenn ich jetzt rüberspring, dann musst du dann, ähm, wenn ich dann, wenn ich auf den Knopf gedrückt habe, musst du umkehren, ne? Ja. Also sei bereit. Sobald du auf den Knopf gedrückt hast? Ja. Weil sonst geh ich dann ins Todeswasser. Ich hab gedrückt. Yes. Ich hab die Würfel. Sehr gut. Jetzt müssen wir damit die Viecher umbringen. Kann man die weglegen. Ach, da geht die Plattform noch. Ja. Jetzt holen wir uns erstmal die Kugel. Ja. Jetzt holen wir uns erstmal die Kugel. Ja. Die Frage ist, wie kriegen wir alle Kugel hier rüber? Nee, aber können wir diesen Schwebestrahl hier her? Nee, weil hier sind ja überall die, hier sind ja die Scheiben. Kommt gar nicht. Ich glaub, die kriegen wir gar nicht aus. Wir müssen auch irgendwie die Kugel hier rausbringen, weil hier brauchen wir auch eine Kugel. Ja. Ah. Da. Hä? Du legst die Kugel hier rein, um das Feld hier auszumachen. Ja. Das hier. Okay, also... Da brauchst du jetzt zwei Kugeln. Hä? Achso, nee. Dann kannst du ein Portal setzen. Okay, wir müssen jetzt nur überlegen, wie wir die Kugel hier rüber bekommen. Okay. Am, 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 am. Huch. Oh. Ja, aber wir bekommen ja die Kugel hier rüber. Ich... Muss das nicht irgendwie mit diesem... Schwebe-Ding. Oh? Oh. Okay. Ähm... Und... Durch... Ah! Genau. Und ich muss dich jetzt hier reinstellen. Mach mal. Ja. Warte mal, ich gehe rüber. Ah ja, und dann... Ja. Dann mach ich das hier hin und hier hin. Du musst dann noch den Laserstrahl umkehren. Ja. Boah. Sagst du wann? Ja, du kannst doch machen. Okay. Das reicht. Ah! Ja, warte. Sorry, my bad. Mach... Mach nochmal zurück. Zurück. Du musst den... Den Strahl beenden, wenn ich es dir sag. Ja. Hast du wieder zurückkehren lassen einfach. Ja. Ja. Jetzt. Perfekt. Mach mal diesen Slurp-Dings weg. So. Jetzt machen wir hier ein Portal und da ein Portal. Zack. Das stecken wir jetzt da in die Wand. Warte. Nein. Achso. Warte mal, lass mich mal hochfahren. Tu mal die Kugel hier weg. Hier. Ich stehe... Pass mal auf, dass sie nicht reinrollt. Ja. Ich stell mich drauf. Tu die Kugel rein. Okay. Und jetzt, ähm, die andere Dings. Warte kurz. Ne, ich bin schon oben. Die Kugel hast du jetzt lassen. Ja, ja. Ich war bloß gefangen. Oh. Ja, warte mal. Das ist jetzt, äh, das, äh... Ne, wir müssen da zusammen hochhören. Mhm. Fahr mich mal noch mal runter. Ah, wir müssen jetzt wieder so eine... Dingskonstruktion machen. Komm mal zum... Lass, lass, ähm... Kugel drin? Ne. Tu die Kugel in den Strahl und stell dich auf die Plattform. In den Strahl? Also, gar... Nein, am Ende. Am Ende. Damit du auf die Plattform kommst und die Kugel langsam hinfliegt. Ah, ja, 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 ja. Komm auf meine Plattform. Hm. Ja? Oh, warte. Jetzt bin ich... Äh... Ich bin eingequetscht. Okay, und jetzt müssen wir noch den... So... Warte mal, wo, wo ist der Laserstrahl hin? Ähm... Da. Da, hier unten. Ah, ich weiß nicht. Das muss anders platziert werden, oder? Da unten in die Kiste. Da unten in die Kiste. Der Laserstrahl... Aua, aua, aua. Dann müssen wir hier platzieren. So. Dann mach ich, äh... Mein blaues hier hin. Komm hoch. Mhm. Und dann mach ich mein Ding hier hin. Oh. Ach so. Hey, aber der fliegt zu hoch. Rech. Ja, der Würfel fliegt zu hoch. Mist. Ah. Warte mal. Ey, sieh, kannst du von da oben hier runter gucken? Äh... Da ganz in den Schacht? Nee, kann ich nicht. Ja, dann... Komm mal kurz, äh... Komm mal her. Mach mal... Mach mal auf mein... Mach mal auf mein blaues da oben deins drauf. Dann lege ich das nämlich hier kurz runter. Ah. Kannst du hier ein Portal hin machen, dass ich noch rauskomme? Ah, scheiße. Ja... Weiß nicht, ob da zwei nebeneinander... Das Ding... Hier hin... Ach... Mach mal den Strudel aus. Mach mal. Danke. Warum hopst der denn so rum, der blöde Würfel? So. Versuch mal jetzt dein Dings... Äh, rotes hier hinzu. Perfekt. Perfekt. Äh... Gut, jetzt machen wir das gleiche mit der Kugel. Mhm. So, du machst das gleiche mit der Kugel. Oh! Oh! Okay, äh... Oh! Das umkehrt den... Mh... Ja, das Nege machen, dass er dann da bleibt. Der Kugel. Oh! Wie war das? Wie war das? Das ist der Kugel. Träumauig. die kugel haben wir gelöst sondern ist einer also beide oben beziehungsweise einer oben einer unten vielleicht müssen wir wir müssen beide von oben das entkriegen wir sind eben ja auf der plattform stehen und dann schaffen dass der würfel sich bewegt aber nicht zu weit bewegt ja da ist er zu hoch da würde er dann auch nicht die gattabessern auch zu schnell müssen schaffen dass es dahin bewegt und nicht weiter das umkehr den können wir auch auf keinen fall drücken warte mal da oben ist so ein loch in der decke als ob da irgendwas wäre also ich habe ich habe nichts gesehen ja vielleicht habe ich übersehen nein das ist einfach so nichts oder ja wir können auf den laser gedichte den weg stellen weil die kugel hängt dann da drin die kugel rollt genau in den laser seinen strahl rein stell den stellst du mal den laser hin richtet den laser aus ja komm her stell dich schon mal auf die plattform ja und jetzt pass auf warte ach nein geh rüber äh ne kann ich rüber ein gewissen auch ne ist das die kugel ja aber da da komm ja da ist das ding da ist das ding da ist das ding ja trotzdem immer oben ja ja die ist wohl grad genau hier hingerollt oder ist genau hier so sie rollt immer dahin und blockiert kurz die dinge und rollt dann weiter das bringt halt auch nichts wenn das eine ding schon die ganze zeit oben aber wenn wir die kugel weg tun dann fällt ja die andere plattform wieder runter ja 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 ich sollte aber jetzt zwei kugeln noch ein paar drehen ja das stärken traue ich euch zu aber ehrenhaft du bist so weit rum hier oder irgendwie hinfliegen kann man auch nicht aber mein kopf tut weh doch einfach alleine weiter es geht aber nicht ich brauche dich und jetzt warte so weit waren wir schon wenn du jetzt hier die kugel wegnimmst ach nee dann kommt die nicht mehr hoch scheiße donald jen kann man nicht wahrscheinlich ist sie das was komplett offensichtlich ist ja so Hätten die das nicht irgendwie da oben einfach noch ja 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 Wir können ja auch nicht den Dings und dann die Kugel des aufpicken lassen. Aua! Entschuldigung! Warte, aber ich... Muss ich da hochspringen? Ähm... Also... Jetzt... Ich weiß nicht, ob das irgendwie hilft, aber wenn ich jetzt hier in mein rotes Portal reinspringe, komme ich direkt hier auf dem Knubbel raus, wo der Ball hin muss. Ob man irgendwie die Kugel da reinfallen lassen muss? Nee, aber dann bleibt die dort ja nicht. Aber das... Ach so. Aber... Menno! Hup! Hup! Hm... Doof! Warte mal, wenn wir den Laserstrahl von woanders kommen lassen würden... Hm... Warte mal! Ey, warte mal! Bringen wir uns da vielleicht was? Passo, ne... Warte mal! Hm... Hm... Tja... Aber also... Hier drin... Können wir ja nix mehr machen, würde ich jetzt mal behaupten. Die sind ab... Und für dich, dass ich wüsste... ... 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 lange rollt bringt zurzeit jetzt auch nicht vor allem sei genau andersrum wer dann wird sie uns halt was bringen die kugel halt dann langsam hinfliegen würde und wir dann sozusagen mit dem laser da hochgehen oder warten wenn wir jetzt warte mal wir setzen den würfel in den strahl ja dann fliegt der würfel langsam durch und wir setzen die kugel in den strahl ja wenn der würfel dann sozusagen hier es zu angekommen ist aber ich hab gedacht der ist zu hoch brechen wir den strahl ab ah immer die kugel ja 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 oh nein wir müssen die kugel nochmal vertoren wie ging das nochmal äh äh warte hier hier gehst du rein ja genau ja du musst den strahl umsetzen achso ja klar klar nein 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 den strahl umsetzen achso warte 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 welchen warte 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 welchen den den slurp strahl du musst dein gelbes portal dahin setzen ach ja da achso zack 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 jetzt musst du es gleich äh setz den strahl um jetzt also den roten strahl umsetzen wenn ich stopp sage dann machst du stopp ja stopp okay ich lege jetzt die kugel hier hin ja äh ich nehm den würfel äh lege ihn hier hin mach da mein blaues hin nein ah ah nein 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 aber wir brauchen den würfel um den strahl umzukehren fuck me ah ne brauchen wir gar nicht ähm machen wir da deine total und da deine total nein 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 die muss ich ihn jetzt reinlegen dann zeigt er nach unten und wenn er rauskommt ich muss ihn einfach so reinlegen dann kommt er so wieder zurück ok gut gut äh muß hierüber oder mach da dein portal und da dein portal schnell wo hin noch da und da äh ach so okay das habe ich nicht so hatte dass er um so ja so hier habe ich ihn richtig gut dann muss es jetzt schnell gehen wenn ich jetzt mein potter mein blaues portal dahin setzen wie der fluss umgekehrt werden warte mal aber dann kannst du den links nicht absorbieren der muss wieder hier lang gehen nein das funktioniert überhaupt gar nicht das funktioniert doch überhaupt gar nicht kann die kugel mal bitte nicht ständig wollen aber hat es nicht gerade hatte muss der strahl nicht ein zweiter vorne lang gehen also da wo auch allerdings ist ja in dem strahl aber wir brauchen den strahl um die kugel rein zu drücken und wenn wir hier ein portal aufsetzen und da ein portal hinsetzen an den an den dingen zerfällt warte aber wenn warte mal warte doch 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 nimm mal die kugel mach jetzt hier das hin und wenn ich warte gib mir die kugel stell dich auf stell dich auf die plattform du musst jetzt gleich ähm eins von deinen portalen kaputt machen aber mach es doch nicht mach es doch nicht wenn es so wenn es so weit ist wird dann dreht sich das ding in dann tue ich es hin dann werden wir hochgefahren und stellen uns auf die andere plattform dann muss ich hier mein blaues portal setzen früh genug runter droppen ok mach es kaputt machen kann nicht auch einfach wegsetzen einfach auch da hinsetzen ja jetzt ja du es nein was dreht sich denn die blöde kütze dreht sich denn der blöde würfel auch ach gott nein aber an sich hat es funktioniert ja 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 kacke ja komm gut dann nochmal das gleiche ran das war jetzt unser bester take bisher ähm sonst setzt wieder das dreh wieder das portal um ja ich tue den würfel so rein wir warten bis er ganz unten ist mhm zack äh setzt dein portal um ja rüber warte mal setz dein setz sein das ja macht sie wieder zu warte war das vorhin war hier jetzt warte mal ich muss das portal umsetzen sorry ich bin dumm ähm ok setz dein portal um ja rüber rüber oh nein ich war zu langsam ok mach nochmal dein ja äh merck wald da mark noch k okay du musst den stahl unter gern mal. Danke. Zack. Okay, der Würfel ist richtig drin. Der macht seinen Würfeljob. Du kriegst jetzt schon mal das blaue hier. Ja. Und bist du ready? Ja. Und los. Nein. Nein. Ich kann gar nicht denken. Okay, wir machen noch einen Versuch. Ja. Nein, nein, nein. Ball, 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 Ball. Uah. So. Meinst du? Der Frust ist hoch. Ich setze schon mal das blaue hier um. Okay. Kehre es um? Ja. Ja. Oh, warte mal. Das geht auf. Bitte, 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 bitte. Na. Ja, aber richtig kann das auch nicht sein, weil der Kugel fliegt, der Würfel fliegt viel zu arg rum dafür. Ja. 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 Aber... Ich... Die bin das nicht kochentelt. Ja. Ja. Ja, das ist reserviert. Ja. Die ist ja nicht so. oder welche extra mission ist es überhaupt ja ich glaube acht oder sieben sechs oder sieben von neun war es glaube ich also neun gibt es im frischen sie werden noch schlimmer überhaupt versuchen wir es noch einmal ich versuche dieses mal den würfel bisschen schräger reinzulegen nehmen wir den würfel mal zu dir hier ich gebe ihn dir nehmen wir den würfel strahl kehren sie den strahl um das problem das ist darüber okay ich lege jetzt einfach so rein hoffen wir einfach beten etwas zu gott dass es funktioniert die kugel nehmen so okay bist du ready um ja bereit ja und los was ist gerade passiert wir sind also ich bin gerade zwischen den plattformen gebackt ja trau ja warte warte dann kehre einfach das ding noch mal zur um ja einfach noch mal um oh gott du hast mein ding kaputt gemacht jetzt und ach fick dich doch alter hä ach nein scheiße dummer morgen ich gebe es auf ja ja was los wenn wir da eigentlich beide runterfallen ohne portal ja ne du kannst da auf die wand schießen naja naja ich könnte zumindest Fußball spielen mit dem Ball ja wo ist der Schiedsrichter ja ich bin der Schiedsrichter hier und Spieler ja und Einwurf ja aber ich glaube wir sollten jetzt aufhören ja ja ne wir können ja vielleicht fällt es heute Nacht im Traum ein oder es wird für immer ungelöst bleiben vielleicht gibt es dann eine die dritte Folge von portal ja für die letzten drei Level brauchen wir einfach nochmal so lang wie für die restlichen insgesamt oder so da hat bestimmt auch jeder richtig Bock drauf ja natürlich hallo ich komme die gold ja total okay okay warte ich will noch oh ja stimmt warte wie mach ich das nochmal ähm wo ist mein krasser Move ist das der? ja ja du hast mein Move abgebrochen oh ja ok aber dann schalten wir hier mit äh hören wir hier auf ja ist ein tolles Spiel macht ganz viel Spaß aber ja ja jetzt bin ich jetzt auch das Spiel aber das ist schon sehr frustrierend wenn man manchmal nicht mehr weiß wie es weiter geht mhm das heißt für mich ist es quasi frustrierend seit Beginn hallo wir sind doch ein tolles Team ja du machst es echt gut du carryst mich richtig gut darauf ein High Five yeah ja also meine Freunde oder auch nicht meine Freunde meine Freunde können ja euch aussuchen ferne Bekannte folgt euch auf den dann auf die dritte Folge von Portal 2 wo wir gedacht haben das wäre eigentlich nur ein Einteiler gute Nacht von meiner Seite aus das ist das ist das ist 7 2 ich